Das sind wirklich gelungene Brücken, die Sie dort zusammengestellt haben. An einigen war ich selbst beteiligt. Wirklich? Ja, ich finde Sie wunderschön. Einige von Ihnen streiten etwas ganz Besonderes aus. Ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Sie sind irgendwie... Magisch? Ja, genau, magisch. Ich beschäftige mich jetzt schon eine ganze Weile mit unseren Brücken und einige von Ihnen sind wirklich ganz besonders. Das ist klassische Ingenieurskunst mit dem Blick fürs Besondere. Meine Fotos zeigen das ganz gut. Hier zum Beispiel. Der goldene Schnitt ist perfekt umgesetzt. Und als Ingenieurin ist mir das ja auch alles klar, aber da gibt es noch mehr außer mathematischen Formeln, wenn man dann direkt vor der Brücke steht. Wie kommt die Magie in Ihre Brücken? Ich glaube, Sie sind der Antwort näher, als Sie denken. Nein, Brücken leben. Nehmen Sie sich die Zeit und vor allem fühlen Sie die Brücken. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.